Musik Bis zum Jahr 2001 lebte in Deutschland ein geheimnisvoller Physiker, der in den 1950er Jahren kurz internationale Berühmtheit erlangt, aber dann weiter im Verborgenen gearbeitet hatte. Er sprach nur selten auf Kongressen und veröffentlichte seine Arbeit erst in den 1980er Jahren in zwei umfangreichen Büchern. Das, was er mitteilen wollte, ist so schwierig zu verstehen, dass seine Arbeiten kaum gelesen werden. Und doch scheint das von ihm geschaffene Weltbild eine größere Umwälzung hervorrufen zu können, als es Einsteins Weltsicht vermochte. Denn das von Burkhard Heim entwickelte Bild der Welt betrifft den Menschen und dessen persönliches Schicksal ganz direkt. Fragt man Physiker nach ihrer Meinung über Burkhard Heim, so hört man die Urteile Außenseiter, kauziger Eigenbrötler, unseriöser Fantast, Spinner. Aber auch der neue Einstein, Deutschlands Stephen Hawking, genialer Denker, einer, dem die Nobelpreiskandidatur angetragen werden müsste. Was stimmt denn nun? Man stellt zunächst nur fest, dass die positiven Meinungen von denjenigen Physikern geäußert werden, die Heim persönlich kannten oder die dessen Werke studiert haben. Dagegen stammen alle kritischen Urteile von Physikern, die weder Heim kannten noch dessen Arbeiten angesehen haben. Burkhard Heim behauptete, in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das gefunden zu haben, wonach Einstein und seine Nachfolger bis heute vergeblich suchen. Eine Massenformel für sämtliche Elementarteilchen und die Erklärung von deren Eigenschaften durch dynamische geometrische Strukturen. Das mutet unglaubhaft an. Denn einem nicht im Wissenschaftsbetrieb eingebundenen Physiker wird diese Leistung nicht zugetraut. Aber Heims' Massenformel wurde bereits 1981 von Physikern am deutschen Elektronensynchrotron, kurz DESY, bei Hamburg programmiert und analysiert und lieferte überzeugende Ergebnisse. Da jedoch niemand die theoretischen Herleitungen dazu ohne Einarbeitung in diese verstand, waren die DESY-Physiker zwar verblüfft, schwiegen aber über diese Sensation und warteten ab, wie die Strukturtheoretiker bzw. Relativitätstheoretiker die Theorie beurteilen würden. Noch im Jahre 2004 teilte die Sprecherin von DESY einem Journalisten auf dessen Anfrage mit, Die wenigen, die Heim kannten und einige leitende Wissenschaftler sind übereinstimmend der Meinung, dass die Massenformel auf jeden Fall eine enorme persönliche Leistung ist, vor allem in Anbetracht seines Handicaps. Andererseits sind alle der Meinung, dass sie viel zu kompliziert ist, sodass selbst sehr gute Theoretiker sich mindestens ein Jahr nur mit dieser Theorie beschäftigen müssten, um sie bewerten zu können. Es geht hier nicht darum, Heims' Massenformel zu analysieren oder zu verteidigen, sondern mit der vorliegenden Dokumentation soll sich der Hörer selbst ein Urteil über Burkhard Heim bilden, dadurch, dass wir Heim möglichst oft persönlich zu Wort kommen lassen. Wo bestimmte Fachausdrücke verwendet werden, die nur dem Physiker geläufig sind, werden diese kommentiert, sodass der Hörer durchaus den Ausführungen Burkhard Heims folgen kann. Wir sind der Ansicht, dass allein schon Wortwahl und Inhalt seiner Ausführungen belegen, dass er zu den Großen der Physik gezählt werden muss, wenn sein Nachlass erst einmal gründlich von Experten studiert worden ist. Eine Theorie, die zur geometrischen Beschreibung der Materie führt, hat sich eine starke Glaubwürdigkeit erworben. Andere Theorien, wie die Stringtheorie, die Loop-Quantengravitation oder das Standardmodell der Teilchenphysiker können dagegen nichts experimentell Gesichertes über die geometrische Struktur der Elementarbausteine der Materie aussagen. Daher hat sich Heims' Weltbild gemessen an den Ergebnissen bewährt. Die philosophischen Konsequenzen sind für uns Menschen enorm, denn mit der Elementarteilchen-Theorie und einer von Heim neu entwickelten aspektbezogenen Logik lassen sich auch qualitative Vorgänge in der Materie wie Lebensprozesse und Bewusstsein beschreiben. Darüber soll es im Folgenden gehen. Amen. 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 Jet